Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bei GOP finden Sie täglich eine grosse Auswahl an Frischprodukten, wie zum Beispiel die Pfirsich. Hier in diesen sonnigen Pfirsichgärten werden sie gepflegt und wenn sie schön reif sind, sorgfältig abgelesen, damit sie so bleiben, wie die Natur sie wachsen hat. Zart, saftig und gesund, denn die Pfirsich haben wertvolle Aufbaustoffe und Vitamine. Und schon sind Sie bei GOP parat. Zarte, saftige Pfirsich zu günstigen Tagespreisen. Denn das ist das Prinzip, heute geerntet und morgen in Ihrem GOP laden. Gegen den grossen Durst empfiehlt Ihnen GOP Icedee mit Vitamin C und Zitrone. Icedee gibt es als Pulver, um selber anrühren oder fix fertig in der praktischen Pure Pack. Mit Eiswürfeln und einer Zitrone- oder Orangen-Scheibe serviert, ist Eistee eine herrliche Erfrischung für warme Tage. So und jetzt kommen noch die GOP Aktionen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Zum Anfangen der aktuelle Preisschlager. Zwei Rollen Frischhaltefolie, 35 Meter lang und 30 cm breit, gibt es bei GOP für nur 2,40. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei GOP einen Becher Goldstahl Rahm Glacé, Café Glacé, Nougat oder Vani Himbeer, statt 1 Franken jetzt nur 1,75. Ein Triopack Reiter Schocoriegel, statt 1,95 nur 1,45. Eine Familienpackung Triez Erdnüsse mit Schockeüberzug, statt 2,20 nur 1,70. Gerber Streichschmelzkäse, eine Schachtel an zwölf Portionen, statt 3,05 nur 2,45. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag eine Aprikosenroulade, statt 3,20 nur 2,40. Ein Hefering, statt 4,60 nur 3,70. Ausländische Pfirsich, per Kilo nur 1,60. Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017